Bahntrassenradwege dieser Reiseführer behandelt die touristisch interessantesten Radrouten, die über Bahntrassen stillgelegter Bahnstrecken führen. Hintergrund einer Besonderheit sind Radwege, die auf den Trassen ehemaliger Bahnstrecken angelegt wurden. Diese Trassen wurden überwiegend schon im 19. Jahrhundert mit sehr günstigem Höhenprofil angelegt, da es den Dampflokomotiven an der nötigen Kraft mangelte, größere Steigungen zu meistern. Dämme, Viadukte, tiefe Einschnitte und Tunnel wurden gebaut, um Berg und Tal auszugleichen. Jetzt profitieren die Radfahrer davon, da die Trassen für flache und komfortable Wege genutzt werden können. Diese Wege werden als Bahntrassenradwege bezeichnet und haben sich in den letzten Jahren zu radtouristischen Zielen entwickelt. Das liegt nicht nur an der meist hohen technischen Qualität solcher Wege, sondern auch an ihrer eigenständigen Streckenführung und Reservierung für Wanderer und Radfahrer. Radfahrer. Einige Strecken bieten Eisenbahnromantik mit restaurierten Bahnhöfen, Viadukten, Tunneln und anderen Relikten. Die Strecken sind weitgehend familientauglich. Auch für Inliner und Rollstuhlfahrer sind die Trails eine Empfehlung. In den USA gibt es die Organisation Reels to Trails, deren Motivation sehr im Erhalt der alten Eisenbahnstrecken besteht. Die Radrouten heißen dann Greenways, also grüne Wege. Auf Spanisch sagt man Vias Verdes dazu. Der Begriff Greenways umfasst allerdings alle Wege, die im Grünen verlaufen, also nicht auf oder neben Autostraßen. Auf dieser Seite sollen nur solche Strecken aufgeführt werden, die als touristisches Ziel lohnen. Sie haben in der Regel einen Namen, eine entsprechende Ausschilderung und eine Länge von wenigstens 15 Kilometer. Bahntrassenwege, die weitgehend dem Alltagsverkehr dienen oder Teil großer Routen, ZB Weser Radweg bei Petershagen, sind, werden hier nur ausnahmsweise erwähnt. Radrouten, die neben stillgelegten Bahnstrecken verlaufen, sollten nicht als Bahntrassenradwege bezeichnet werden. Bahnradwege oder Bahnradrouten verlaufen in Nordrhein-Westfalen, nicht aber in Hessen, neben aktiven Bahnstrecken, was einen beinahe jederzeitigen Einstieg in einen Zug ermöglicht. Solche Routen verlaufen dann in der Regel nicht auf stillgelegten Bahntrassen. Da viele Wege noch recht neu sind oder erweitert wurden, sind die Informationen in der Reiseliteratur oft unvollständig. Baden-Württemberg Klepperle-Radweg, 26 Kilometer von Göppingen nach Schwäbisch-Gmünd. Die Strecke bietet weite Blicke über das Hochland der Schwäbischen Alb und ist auch Teil des Schwäbische Alpradweges. Bayern in Bayern wurde eine Schmalspur-Lokomotive auch als Bockerl bezeichnet, daher Bockerlbahnradweg für Bahntrassenradweg. Adalbert-Stifterradweg, 25 Kilometer ohne größere Anstrengungen zumindest auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Waldkirchen und Heidmühl durch den Bayerischen Wald, nicht asphaltiert. Bockerlbahnradweg, 51 Kilometer Bahntrassen weg von Neustadt an der Waldnaab nach Eslan im Böhmerwald. Bockerlbahnradweg, 27 Kilometer von Landau an der Isar nach Arnsdorf. Die Landschaft ist leicht hügelig und die Strecke weitgehend asphaltiert. Wenn man in Arnsdorf startet, hat man die schönen Isarbrücken als Ziel. Es gibt Anschlüsse an den Isarradweg und an den Filstalradweg. Die ausgehehschilderte Route setzt sich in Arnsdorf fort und nach weiteren 20 Kilometer ist man in Postmünster. Brückenradweg Bayern-Böhmen, 37 Kilometer zwischen den Orten Tröstau im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge und der Stadt Selb. Die Route geht auf Straßen und Forstwegen noch bis Ass in der Tschechischen Republik. Dampflok-Runde, 77 Kilometer lange Rundtour im Osteilgäu, die ungefähr zur Hälfte auf Trassen zweier ehemaliger Bahnstrecken verläuft. Von Kaufbeuren Richtung Schon-Gau dient das hergerichtete Bett des Sachsen-Rieder-Beenles nun den Radfahrern. Von Magdoberdorf nach Lechbruck gibt es weitere asphaltierte 22 Kilometer Bahntrassenradweg. Die übrige Strecke besteht aus Verbindungen unterschiedlicher Qualität, meistens aber Landstraßen. Donau-Ils-Radweg, 55 Kilometer lange Strecke von Niederallteich an der Donau durch den Sonnenwald und das Dreiburgenland ins Ilstal bei Kalteneck. Hinter dem Ort Hängersdorf 41 Kilometer durchgängig auf der alten Bahntrasse. Ab Dittling ist die Decke nur noch wassergebunden, vorher meist Feinasphalt. Die hügelige Landschaft bietet ein schönes Panorama. Nach Osten setzt sich der Wack als Adalbert-Stifter-Radweg, S. O., fort. Donau-Regenradweg, 39 Kilometer, Bahntrassenradweg von Miltach, Abzweig-Regentalradweg, nach Bogen an der Donau. Falkenstein-Radweg, 40 Kilometer langer Weg, der in Regensburg vom Donau-Radweg abzweigt und nach Falkenstein führt. Während die Anbindung in Regensburg straßennah verläuft, wird die Route ab Garnersdorf immer grüner und waldiger. Beim Belag ergibt sich ein Wechsel zwischen Asphalt, feinem Splitt und geschotterten Forstwegen mit zum Teil deutlichem Bewuchs, ungefähr jeweils ein Drittel. Über Falkenstein thront eine Burg als Ziel. Gaubahnradweg, gute, 27 Kilometer lange Verbindung vom Mainradweg bei Ochsenfuhr zum Radweg-Liebliches-Taubertal bei Röttingen. Die Sehenswürdigkeiten liegen allerdings im Maintal oder an der Tauber, sodass man den Gaubahnweg in eine größere Tour einbinden sollte. Über die Tauber, die wieder in den Main fließt, sind größere Runden möglich. Schambach-Talbahnradweg, Lautschautafeln vor Ort 36 Kilometer, tatsächlich aber 42 Kilometer lange Route zwischen Ingolstadt an der Donau, Donau-Radweg, und Riedenburg im Altmühltal, Altmühltal-Radweg. Bis Altmannstein ist die Strecke asphaltiert, anschließend gibt es Sand und Brandenburg. Stille Pauline-Radweg, 19 Kilometer asphaltierter Weg zwischen Paulinenau und Dammkrug durch das Hafelland. Auf Landstraße geht es weiter bis Neuruppin, wo es noch eine Zugabe gibt. PDF-Flyer Hessen Ederseebahnradweg, 26 Kilometer langer asphaltierter Radweg von Korbach bis Edertalbullen nordöstlich des Edersees. Linzverradweg, siehe Nordrhein-Westfalen. Bahnradweg Rotkäppchenland, attraktive 36 Kilometer-Tour von der Schwalm bis Oberaula im Knüll in Premium-Qualität. Kegelspielradweg, regionales Pendant zum Milseburg-Radweg, allerdings ohne Tunnel. Der Bahntrassenradweg führt landschaftlich schön durch das hessische Kegelspiel, die Kuppenröhn. Milseburg-Radweg, bekannteste Regionalroute in Osthessen aufgrund des Radtunnels und der landschaftlich sehr schönen Mittelgebirgslandschaft an der Milseburg. Ulstertal-Radweg, hier gibt es noch einen Fluss dazu. Man hat Anschluss an den Kegelspiel-Radweg und den Milseburg-Radweg. Zusammen mit dem Abschnitt Almendorf-Hühnfeld des Haunetal-Radweges ergibt sich eine knapp 90 Kilometer lange, sehr attraktive Runde durch die hessische Röhn-Route, Hühnfeld, Wenigendaft, Hilders, Almendorf, Hühnfeld. Vulkanradweg, Deutschlands zweitlängste Strecke. Über 60 Kilometer allein auf alten Trassen, ergänzt durch weitere 30 Kilometer Verbindungswege. Weiltalweg, der untere Abschnitt zwischen Wallmünster und der Lahn bei Wallburg ist ein ausgebauter Radweg auf der ehemaligen Bahnstrecke Wallburg-Gräfenwiesbach. Mecklenburg-Vorpommern Stralsund-Trieb-Seser-Bahntrassenradweg, 34 Kilometer an der Pommerschen Ostsecküste von Stralsund über Negast nach Siemersdorf. Das alles ist ein Asphalt und Abschnitt des Radfernweges Hamburg-Rügen. Niedersachsen Ostfriesland-Wanderweg, knapp 70 Kilometer Wanderweg von Leer über Aurich nach Bensersiel an der Nordsecküste, der aber teilweise auch geradelt werden kann. Die Qualität der Strecke unterliegt starken Schwankungen, wobei man sich aufgrund der Länge der Strecke die besten Abschnitte aussuchen kann. Der Wanderweg verläuft nicht immer auf der gleichen Trasse wie der Bahntrassenradweg, der nicht eigenständig ausgeschildert ist. Skulpturenweck-Lahmspringe Infos Nordrhein-Westfalen Im westlichen Bundesland wird gerne der Begriff Alleenradweg für die Strecken verwendet. Bergischer Panorama-Radweg, 133 Kilometer lange, neu zusammengefügte Strecke im Bergischen Land und damit jetzt die längste deutsche Bahntrassenroute, ca. 90 Kilometer auf Bahntrassen. Beginnend in Hattingen an der Ruhe mit der inoffiziellen Kohlenbahntrasse trifft die Strecke auf die Wuppertaler Nordbahntrasse. Weitere Trassen folgen. Ende der Route ist in Olpe am Biggesee. Panorama-Radweg-Niederbergbahn Der Panorama-Radweg-Niederbergbahn bietet zwischen Essen-Kettweg, Urtal-Radweg, und Oberdüssel knapp 23 Kilometer Radelspaß. Der Ausbau der alten Bahntrasse erfolgte mit einer asphaltierten Oberfläche von drei Meter Breite. Der durchgehend aus GE schilderte Radwanderweg nutzt 16 Brücken und drei große Viadukte. Es schließt sich eine Verlängerung bis zum Bergischen Panorama-Radweg in Solingen an, die aber meist auf Landstraßen verläuft und auch recht hügelig ist. Bengel-Anton-Radweg, von Soos zum Möhnesee, dann entlang der Möhne über Belecke nach Brillon. 54 Kilometer auf einer der ältesten, ZT 1975, Strecken durch Feld und Wald, später leider ca. 10 Kilometer direkt neben der B 516 und der B 480. Ausgeschildert ist die Route von Soost aus erst als R43, ab dem See als Möhnetal-Radweg. Radbahn Münsterland Von Rheine im Münsterland nach Lutum bei Coesfeld sind es knapp 40 Kilometer auf Feinasphalt. In Darfeld, bekannt auch durch Schloss Darfeld, kreuzt der Europa-Radweg die Strecke. Die Landschaft ist eben und die Strecke fast gerade. In Rheine entsteht, 2017, eine Verbindung zur Ochdrup-Herr-Bahntrasse mit weiteren 23 Kilometer Strecke. Sauerland-Radring, ein 124 Kilometer lange Acht mit 50 Kilometern Bahntrassenanteil, die fast am Stück geradelt werden können. Der Rest der Route verläuft leider weitgehend neben Bundesstraßen. Winterberg, Allendorf, Eder, 27 Kilometer lange Strecke mit Tunnel und schönem Panorama vom Edertal in das Hochsauerland oder umgekehrt, in Hessen als Linzfahrradweg ausgeschildert, auf Webseiten auch nun in Hallradweg. Rheinland-Pfalz Nicht nur die normalen Radrouten, sondern auch die Bahntrassenradwege haben hier eine bautechnisch hohe Qualität. Ahr-Radweg, inklusive Alternativstrecken 79 Kilometer langer Flussradweg, der aber ca. 40% Bahntrassen verwendet. Im Bereich Altenarmalschoss wird das ehemalige zweite Gleis der Ahrtalbahn genutzt. Man radelt also neben den fahrenden Zügen durch die Bahnhöfe. Enzradweg minus 43 Kilometer lange, asphaltierte Strecke von Bronsfeld im Prümmtal nach Hulstum wieder im Prümmtal. Davon die ersten 23 Kilometer Bahntrassenradweg bis Neuerburg mit zwei Tunneln von 117 Metern und 125 Meter Länge. Um vom Tal wieder in das gleiche Tal zu gelangen, muss man über Berge und die Strecke hat einige anhaltende Steigungen. Die Strecke eignet sich gut, um die schwierigen Abschnitte des Prümmtalradweges zu umgehen. Eifel-Adennenradweg minus 29 Kilometer plus 9 Kilometer Fennbahn, in der Eifel von der alten Abtei Stadt Prümm bis nach Steinebrück an der deutsch-belgischen Grenze, anschließend Fortsetzung als Linie 46 und dann Fennbahn, siehe unten, nach St. Witt in Belgien. Bei Bleialpha spart der 400 Meter lange, beleuchtete Bleialpha-Tunnel den anstrengenden Umweg über den 564 Metern hohen Himmelsberg. Der Tunnel ist auch topografischer Höhepunkt der Bergstrecke. Bleibt zu erwähnen, dass man im Prümmtal auf der Bahntrassen noch weiter bis Wachsweiler radeln kann. Mare-Moselradweg, 55 Kilometer durch die Eifel von Daun nach Bernkastelkus an der Mosel. Meifeld-Radwanderweg, 28 Kilometer von Bassenheim über Ordnung nach Münster-Meifeld in der Region Meifeld, asphaltiert und bis auf einen Kilometer auf einer Bahntrasse. Der Weg durch einen fast durchgehenden Laubwald stammt weitgehend von 1989 und ist daher auf den alten Abschnitten nur 2,5 Meter breit. Beim ehemaligen Bahnhof Bolch, der jetzt als großes Restaurant mit Biergarten ausgebaut ist, zweigt eine Anbindung nach Mayen ab und endet dort am Regionalbahnhof Ost. Eben diese Abzweigung bietet zwei Viadukte und zwei Tunnel sowie ein Panorama. An der Hauptstrecke sorgen einige Skulpturen für Abwecklung. Der neue Abschnitt von Ordnung nach Bassenheim ist 50 Zentimeter breiter als die alten Abschnitte und kostete mehr als 300.000 Euro pro Kilometer. Ruwer-Hochwald-Radweg, 49 Kilometer mit geringem, aber stetigem Anstieg von der Mosel zum Hochwald, 505 Hektometer hinauf, 95 Hektometer hinab. Bahntrassen-Radweg von Trier-Ruwer über Kelln nach Hermeskeil. Schinder-Hannes-Radweg minus 37 Kilometer lange Strecke auf Asphalt im Hunsrück, von Emmelshausen nach Simmern. Bahn- und Fahrradfreizeibusse verbinden die Route. Saarland Blies-Tal-Radweg, 23 Kilometer von Blies-Kastel über Rheinheim an der deutschen Grenze nach Volperswil ein Lothringen auf gutem Asphalt mit einer Breite von drei Metern. Die alten Bahnhöfe sind noch gut erhalten. Es gibt eine Anbindung nach Saargeminers, wobei man nur bis zur Bushaltestelle den aufgemalten Radweg weisern, andere gibt es nicht mehr, folgen sollte. Hier sollte man rechts abbiegen und dann links am Koramarkt im Radweg, wie in Open-Street-Map eingezeichnet. Folgen Der 16 Kilometer lange deutsche Teil hat auch den originellen Namen Freizeitweg. Sachsen-San-Pipe-Symbol ehemalig Haltepunkt Normanstein bei Treffurt am Werra- und Stroot-Radweg. Dieser Abschnitt ist für Bahn-Nostalgiker. Vogtland-Radweg, die Fahrt von Falkenstein nach Oelsnitz kann von Radlern komfortabel absolviert werden. 23 Kilometer lang und mindestens 2,5 Meter breit ist der Weg durch das hügelige Vogtland, der auch zwei Talsperren verbindet. Ausgeschildert als Radweg Falkenstein, Oelsnitz endet der Radweg bei Oelsnitz an einer belebten Staatsstraße ohne Radspur. Die letzten 4 Kilometer sind sehr hügelig, 10% Steigungen ausgeschildert, da die ehemalige Bahntrasse kaum genutzt wird und die Brücken abgerissen wurden. In Oelsnitz besteht über Ortsstraßen eine Anbindung an den Elsterradweg. Sachsen-Anhalt Zuckerbahnradweg, ca. 38 Kilometer langer, noch im Ausbau befindlicher Bahntrassenradweg, der 2016 zumindest in Sachsen-Anhalt fertiggestellt wurde. In Kamburg-Thüringen soll ein Anschluss an den Saale-Radweg erfolgen und in Zeitz an den Elsterradweg. Link Thüringen Feldertalradweg, 46 Kilometer langer Flussradweg entlang der gar nicht so langen Felder. Die asphaltierte Bahntrasse schlägt gerade einmal die 15-Kilometer-Marke, aber der Rest der Route hat auch Niveau. Kanonenbahnradweg, der schon seit längerem geplante Radweg parallel zur Dreisinenstrecke zwischen Längenfeld-Untermstein und Ingelstedt wurde 2019 fertig. Er verläuft auf der Trasse des ehemaligen Zweitergleises, das übrigens schon nach dem Ersten Weltkrieg abgebaut wurde. Die 22 Kilometer lange und asphaltierte Strecke führt durch fünf Tunnel. Mit dem Weg ergibt sich eine überregionale Verknüpfung vom Werrerradweg, Raumeschwege, in Frieda zum oberen Unstrutradweg nach Thüringen. Mit dem 1530 Meter langen Kühlstädter Tunnel hat die Radroute den längsten Fahrradtunnel Deutschlands. Der zweitlängste Fahrradtunnel Deutschlands ist der 1173 Meter lange Milseburg-Tunnel an der Rhön. Vier hohe Viadukte erlauben den Blick in die Tiefe. Dank der Dreisinen sind die Tunnel ganzjährig geöffnet. Im Winter, 1.11.15.4, wird allerdings die Beleuchtung abgeschaltet. In der Nachbarschaft verläuft mit dem Pferdebachtalradweg ein weiterer Bahntrassenradweg, mit dem sich der Kanonenweg in Großtöpfer vereinigen könnte. Mommel ist ein Radwanderweg, der Bahntrassenabschnitt ist mit 12 Kilometern sehr kurz und recht steil, bis 5 Prozent. Sollte die Strecke einmal bis zum Rennsteig ausgebaut werden, dann wäre dies eine der schönsten Strecken Deutschlands. Im Moment eher ein Abstecher vom Werratalradweg. Unstrut-Werrerradweg, dieser Verbindungsradfernweg ist auf vielen Abschnitten auf ehemaligen Bahntrassen angelegt. Vega in Belgien Das kleine Land ist bemüht, alle stillgelegten Bahnstrecken in Radwanderwege umzuwandeln. Die Radler fahren entsprechend auf nummerierten, Bahnlinien, Linies. Verantwortlich für den Erhalt der Bahntrassen ist der 1996 in Namur gegründete Verein Chamonduril. Ravel 5 Linie 38 bis 38 Kilometer führt diese Strecke von Lüttich über Erwin nach Hamburg, bei Aachen. Es wird immer ländlicher und die anfangs sehr guten Wege schlechter. Die Ausschilderung als Reitweg sorgt für Dung. Fennbahn, von Aachen über Sankt Wied nach Twaviachus. 125 Kilometer lange Paradestrecke, die Deutschland, Belgien und Luxemburg verbindet. Sie ist nicht nur gut ausgebaut, sondern bietet auch die Landschaft des Hohen Fenn. Ravel Linie 45, gehört zu den Abzweigungen der Fennbahn, kann aber auch gut allein bestehen. 21 Kilometer guter Asphalt verbinden Trapens und Weimis. Höhepunkte der Strecke sind die Orte Stave-Lotte und Malmedie sowie zwei Tunnel, die ganzjährig offen sind. Der neuen Radwegenummerierung zufolge setzt sich die Strecke als Nummer 8 noch bis Losheim, D., fort. Diese Fortsetzung ist ebenfalls asphaltiert und trägt auch die Bezeichnung Linie 45a. In Deutschland folgen weitere 18 Kilometer nach Jünkerath als Teil des Kildhall-Radweges. Ravel Linie 150, verbindet die Maas nördlich von Dinant mit der Sombra, die in der Müll der Maas zufließt. Die bergige Strecke ist mit Feinasphalt gut ausgebaut und bietet schöne Landschaft im engen Tal der Moline mit ein paar Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Abtei von Maradret. Drei Tunnel, davon einer mit 283 Metern Länge, den E-Tunnel, müssen durchfahren werden. Kurz vor dem Ende, wenn man Richtung Sombra radelt, wartet noch ein Badesee. Gesamtlänge immerhin 36 Kilometer. Acht Kilometer werden von Fahrradreisenden begleitet. Ravel Linie 163, obwohl nicht weit von der Fernbahn, besteht keine direkte Verbindung zu dieser. Die Strecke bietet 27 Kilometer Feinasphalt von Bastogne bis fast nach Gouvi, wo noch eine aktive Bahnlinie verkehrt. Es zweigen zwei weitere Trassen nach Hufa-Lietze, recht tief im östlichen Uhrtal, und Wilz, Lux, ab, sodass ungefähr 55 Kilometer landschaftlich schöne Strecke durch die Adennen auf den Radler warten. Die knapp 20 Kilometer lange Strecke Wilz, Bastogne, Piste cyclable de La Wilz, besticht durch vier Tunnel. Bastogne Wilz.bdf Wege in Dänemark Wege in Dänemark unsere Nachbarn im Norden haben Benstein und diese Webseite auch auf Deutsch, reeltreels.dk. Die Gesamtlänge der ausgebauten Wege beträgt ungefähr 1250 Kilometer, womit das kleine Land eine Spitzenposition einnimmt. Brühe ab Benstein, ca. 61 Kilometer asphaltierte Strecke von Hosens über Brürup nach Silkeborg in Jütland. Die Naturlandschaft ist von Wäldern, Wiesen, Feldern und Seen geprägt. Dieser Abschied ist auch als Route 31 ausgeschildert. Wer Lust auf mehr hat, kann die Reise auf der Route 29 von Silkeborg nach Langa fortsetzen. Auf weiteren 38 Kilometer dominieren eher Felder die noch einmal einsamere Landschaft. Mit knapp 100 Kilometer Länge ergibt sich eine der längsten Asphaltstrecken in Europa. Die Breite ist allerdings nur 1,50 Meter, ergänzt durch einen Grasstreifen, der Servicefahrzeugen dient. Zwischen Brürup und Wrats ist der Trassenradweg für ca. 4 Kilometer unterbrochen, da eine Museumsbahn die hier noch vorhandenen Gleise nutzt. Der Museumsbahnhof Wrats bietet ein gastronomisches Angebot. Wege in Frankreich Auch in Frankreich verlaufen viele Radwege auf den Spuren alter Bahntrassen. Sie sind häufig als Voyewerte, etwa, grüner Weg, ausgeschildert, womit die Verkehrsfreiheit und der unabhängige Verlauf gemeint sind. Via Ardèche, mehr als 25 Kilometer von Seen-Zernin über Vogel nach Gropieres in der Naturlandschaft der Ardèche. Hier ist ein Abstecher entlang des Flusses Ardèche Richtung Gorgestel-Ardèche möglich. Die Hauptstrecke, die auch durch zwei Tunnel führt, soll noch bis Eels fortgeführt werden. In Seen-Zernin zweigt eine 9 Kilometer lange, sogar etwas aus G. E. schildert Nebenstrecken nach Uzzau ab. Die Decke besteht meist aus fein abgesplittetem, weißen Ortbeton, der vor allem gut aussieht, vielleicht aber auch sehr haltbar ist. Im nicht eingebundenen Obenaar ist die Bahntrasse weitgehend nur ein Trampelpfad. Die Bezeichnung Via Ardèche sucht man vor Ort vergebens. Axwerda-la-Tierache, 37 Kilometer Asphalt quer durch die Tierache, eine Hecken- und Wiesenlandschaft in der Pichadie, die von der Jungen-Wass durchflossen wird. Man startet in Hierson und landet im Kleinstädtchen Geis. Die Strecke ist Abschnitt des Eurovelo 3 und es gibt ab Hierson eine Verbindung zur Sambre in Maubeuge. Ein Teil dieser Verbindung ist ebenfalls ein Bahntrassenradweg Voyewerte de la Vesneuys, der allerdings keine gute Decke hat, matschig, nicht asphaltiert. Velo-Route du Calafon, ca. 40 Kilometer durch das Tal des Calafon, Fluss. Von Cavallon nach Les Gaudiens überabt in der V-Kluse ist die Strecke jetzt durchgehend asphaltiert. Ca. 10 Kilometer sind Straßen begleitend zur D-900, der Rest präsentiert sich eher als richtige Voyewerte durch den Parc Naturell du Luberon, regionaler Naturpark Luberon. Attraktion ist das Radeln über eine römische Steinbogenbrücke aus dem Jahr 3 vor Christus, der Vangulia. Die Velo-Route soll weiter ausgebaut werden und ist Teil des Eurovelo 8. Schmerwer, warum immer Voyewer? Die Stadt Vesul in der Franche-Conte nennt ihren Radweg Schmer, also auch Weg. Die Strecke führt erst durch Wälder, dann Felder und ist insgesamt 38 Kilometer lang, wobei die letzten 14 Kilometer etwas verteilt sind und teilweise nicht die alte Bahntrassen nutzen. Endstation des letzten Abschnittes ist in der Wegei. Nordwestlich von Vesul gibt es noch einen weiteren kleinen Bahntrassenweg mit 8 Kilometern Länge La Trestoculis. Die zusammengefassten Strecken verbinden das Daubsttal mit der Echa-Péblo, die allerdings weiter westlich auch am Daubst eintrifft. Die technische Qualität des Schmer ist etwas besser und man erreicht nach weiteren 12 Kilometer Besançon. Parcours cyclable du litoral, mehr als 50 Kilometer, mehr als 90 Kilometer auf OSM, nur teilweise asphaltierter Radweg mit Mittelstreifen von Toulon nach Fréges an der Côte d'Azur. Die Strecke verläuft leider oft straßennah durch eine dicht besiedelte Gegend, Großraum Marseille. Das Meer sieht man nur hin und wieder und die Ausschilderung ist sehr spärlich. Der Parcours besteht aus vielen, sehr unterschiedlich. Vega in Italien Ein fertiggestellter Bahntrassenradweg hat in Italien immer einen Mittelstreifen. Recht beeindruckend ist auch die Tunneldichte auf den meisten Wegen. Ciclo Via Valle Brembena, im tiefen Tal des Brembo in der östlichen Lombardai verläuft ein 22 Kilometer langer Radweg mit zwölf Tunneln. In Sogno ist der Start gleich neben einem großen Parkplatz. Anschließend müssen zwölf Tunnel durchfahren werden, bevor man in Piazza Brembena eintrifft. Leider verläuft der Radweg recht straßennah, sodass er nicht als grüner Weg gelten kann. Langer Weg der Dolomiten, Ital. Lunga Via delle Dolomite, 62 Kilometer lang. Beginnt in Cala al Zodicadore, führt über Cortina d'Ampezzo und endet in Toblach. Zwischen Cimabanche und Toblach ist der Weg nicht offiziell und die Wiegequalität sehr schlecht. Z.D. Bachbett. Es gibt allerdings einen Shuttlebus. Pista Ziclabile del Ponente Ligure, 23 Kilometer an der ligurischen Blumenküste entlang von Ospedaletti nach San Lorenzo Almare. Diese Asphaltstrecke ist für Besucher der Riviera nicht zu übersehen und glänzt mit fünf Tunneln, von denen einer die stolze Länge von ca. 1,5 Kilometern erreicht. Eine Ausschilderung vor Ort fehlt, aber es gibt zwei Webseiten, hier und hier. Bonte-Bahner Radweg, grob parallel zur neuen Bahnstrecke verläuft die 48 Kilometer lange Paradestrecke auf der alten Trasse von Davies über Boeba nach Morgio-Udinese. Im alpinen Tal von Friaul-Jules-Venezin fließt der zunehmend wasserreichere Fluss namens Fela. Der Radler passiert ca. 18 Tunnel von 20 und zahlreiche, zum Teil eindrucksvolle Viadukte. Die zwei nicht ausgebauten Tunnel müssen umfahren werden, der längste Tunnel misst 950 Meter und ist recht spärlich mit sensorgesteuerten LED beleuchtet. Eine Taschenlampe kann nützlich sein, eine gute Lichtanlage ist ein Muss. Ebenfalls im Tal und nicht so schön ist die Autostrade Alpe Adria. Gut ausgeschildert ist die Strecke als Teil des Alpe Adria Radweges. Es sieht so aus, als ob die Strecke nach Karnia fortgesetzt werden wird, wo sich auch ein Bahnhof befindet, den man für eine Rückfahrt nach Davies nutzen kann. Man kann auch in Kranzkagora starten und den Radweg auf der Trasse der ehemaligen Rudolfbahn nutzen. Die zahlreichen, teilweise sehr guten Unterkünfte in dem slowenischen Wintersportort sind im Sommer günstiger als die Konkurrenz in Italien. Pista Ziclabile delle Valle d'Anapo In Sizilien von Kassaro zur SP 28 unterhalb von Sortino kann im Tal des Flüsschens Anapo auf eine 10 Kilometer langen, vermutlich geschotterten Strecke im Bereich des Naturparks Valle d'Anapo-Pendalisa geradelt werden. Die prähistorischen Nekropolen von Pendalisa liegen allerdings nicht an der ehemaligen Bahnstrecke. Zu ihnen muss auf einem Wanderweg aufs Hochplateau aufgestiegen werden. Die Strecke setzt sich nach Westen fort, wobei die Wegequalität unbekannt ist. Wege in Luxemburg BC 2 Echternach, Luxemburg, bietet 40 Kilometer landschaftlich schöne Strecke über Land und Dörfer wie Eschweiler. Der Bahntrassenanteil liegt nur bei 50 Prozent. Höhepunkte sind ein Tunnel und eine Schlucht Kenien, die ganzjährig durchfahren werden können. Schattenseiten sind mehrere, Dauer-Baustellen, die zu Umleitungen führen, sowie ein längerer Landstraßenabschnitt im mittleren Teil der Route. Piste Cyclable de la Téad, BC 12, mit 53 Kilometern Länge und Asphaltqualität beeindruckt dieser Weg auf der Trasse der Prinz-Heinrich-Reisenbahn im Südwesten des Landes. Los geht es in Beauvange und endet in Lingernal der französischen Grenze. Bei Hubscheid muss man durch einen 690 Meter langen Tunnel. Bei den zahlreichen Ortsdurchfahrten wird die Trasse meist nicht genutzt. Wege in Österreich stillgelegte Bahnstrecken in engen Tälern werden rasch für Straßen oder Infrastruktur genutzt, da das Land in den Tälern knapp ist. Das Resultat ist ein geringes Angebot an Radwegen. Hintergebirgsradweg, ca. 30 Kilometer auf den Spuren einer Waldbahn von Reichramming am Rande des Nationalparks Kalkalpen bis zum Biwakplatz Weißwasser. 14 Tunnel und über 30 Brücken in einer Schlucht mit Wasserfällen entschädigen für die teilweise mäßige Wegequalität und Steigungen. Die ehemalige Bahnstrecke ist nicht immer erkennbar. Die ersten Kilometer bis Anzenbach sind asphaltierte Straße. Danach kommt eine zuerst recht breite Schotterstraße, die aber nach dem Waldlokal große Klause schmaler wird. Ein Teil der Strecke wird auch von Kfz. genutzt. Mountainbiker können auf immer steileren Wegen weiter über den Hirschkogelsattel radeln und im Rahmen der ausgeheheschilderten Rundtour nach Anzenbach zurückkehren, wobei ein weiterer, ca. 9 Kilometer langer Abschnitt der Waldbahn genutzt wird. Angesichts des anspruchsvollen Höhenprofils ist gute Kondition oder ein Elektromotor erforderlich. Die Rundtour ist ca. 50 Kilometer lang. Steier-Talradweg, knapp 20 Kilometer von Grünburg nach Klaus an der Pürnbahn durch das Tal der Steier. Durchgehend asphaltiert und als R8 ausgeschildert. Die südliche Hälfte ist Straßen begleitend zur Bundesstraße 138. Die Gesamtlänge der Route ist 39 Kilometer. Wege in Portugal im westlichsten Land Europas gibt es einige Ecopistas-Umweltwege, die sowohl lang als auch asphaltiert sind. Das portugiesische Wort Rama bedeutet Ast und Ramal dann so viel wie Stichbahn. Ecopista Ramal do do, 49 Kilometer Premium-Radweg von Viseu nach Santa Comba do. Die Strecke ist durchgehend asphaltiert, wobei der Asphalt erst meistens ziegelrot, dann grün und zuletzt blau ist. Alles ist sehr gepflegt, gleich mehrere Bahnhöfe bieten eine Gastronomie. Zwei Tunnel erwarten den Radler. Die Region Dao nordöstlich von Coimbra ist nach dem gleichnamigen Fluss Rio Do benannt und für ihre Weine bekannt. Die Landschaft bietet eine reichhaltige Flora mit verschiedensten Baumarten, ist aber auch dicht besiedelt. Der Fluss begleitet den blauen Abschnitt. Link Ecopista Dao Ecopista Linhado Corgo Nicht fertig, ca. 61 Kilometer von Peso da Regua im Dorotal über Villareal nach Pedras Salgadas. Nur die nördlichen 22 Kilometer sind asphaltiert, ansonsten ist die Strecke sandig oder gar nicht ausgebaut. Mountainbiker haben hier mehr. Sollte die Strecke einmal fertig werden, hätte man eine schönen Weg, um den Alto Doru zu erkunden. Statt einfacher Barrieren gibt es unbewegliche Mauern, die man kaum übersehen kann. Die Wikipedia hat einen Artikel zur Strecke, Linhado Corgo. Ecopista Do Tamega, ca. 40 Kilometer von Amarante über Chilurico de Basto nach Arco do Baulhe. Die Strecke ist anfangs sehr breit ausgebaut und hat sogar Beleuchtung. Nach ca. 10 Kilometern kommt ein Abschnitt mit Wasserspunderdecke von 5 Kilometern Länge, danach wieder Feinasphalt. Vor Gatau gibt es einen Tunnel. Der Rio Tamega, in dessen grünem Tal die Strecke verläuft, ist ein Nebenfluss des Doru und gibt auch dem Gebiet seinen Namen. Es gibt ein paar Weinberge, ansonsten viel Natur. Der ehemalige Bahnhof von Chilurico de Basto, einer von vielen kleinen Bahnhöfen, ist als Jugendherbergen neu ausgebaut. Zahlreiche Barrieren trüben den Genuss. Vega in Slowenien Das Land ist klein und hat nur wenige Radwege. An der Küste gibt es die Perensanar, von der 32 Kilometer in Slowenien verlaufen. Wegen des unregelmäßigen Ausbaus ist sie hier nicht extra aufgeführt. Rudolfbahnradweg Schöne, 38 Kilometer lange Strecke durch die meistwaldige Landschaft der Oberkrain von Tavis, Bontebaner Radweg, über Kronau nach Jessenece. Knapp 10 Kilometer verlaufen in Italien, in Slowenien gehört die Strecke zur Route D2. Wege in Spanien für einen Wochenendausflug etwas weit, aber wer einen Urlaub im Frühjahr auf der iberischen Halbinsel plant, sollte vielleicht das Rad einpacken. Viele Wege verlaufen durch trockene Gebirgslandschaften und sind nicht so grün, wie man es von einem grünen Weg, via Verde, erwarten würde. Bei Ausschilderung, Verkehrsfreiheit und Wegequalität müssen Abstriche gemacht werden. Neue Wege werden gebaut und die alten verfallen. Via Verde de la Sette, der 120 Kilometer lange Weg des Öls führt von Hain nach Pventergeniel durch die Olivenhaine des größten Anbaugebietes der Welt. Er ist überwiegend asphaltiert, in leider sehr geringer und wechselnder Qualität, und bietet sehr viele imposante Metallbrücken, die mehrheitlich historische Meisterwerke der Ingenieurkunst darstellen. Ergänzt werden die alten durch neue, kaum einfachere Brücken. Der noch recht neue Auto via Hain, Cordoba wird auch mehrfach überbrückt. Die Strecke bietet drei Tunnel, der östlichste in Torredelcampo hat eine Länge von 340 Metern. Der westliche Abschnitt heißt auch Via Verde de la Setteca. Via Verde del Noröste, 79 Kilometer in der Region Murcia von Murcia über Mula nach Caravaca de la Cruz Bahnhof mit vielen schönen Steinbrücken. Die Wegequalität ist wechselnd, hin und wieder gibt es Asphalt. Sechs Tunnel und viele baugleiche Bahnhöfe säumen die Strecke, deren anfangs sehr aride Landschaft bei Sayeluna gleich Mondlandschaft, von Osten kommend, allmählich fruchtbarer wird. Via Verde de Oros Negros, der Weg zu den Minen von Oros Negros bei Teruel ist der längste durchgehende Bahntrassenradweg in Europa, ca. 160 Kilometer. Los geht es vor den Toren von Sagunt, nördlich Valencia an der Küste, und dann durch die Sierra. Der Höhenunterschied beträgt 1000 Meter und oft fegt ein eisiger Wind durch die karge Landschaft. Der weitgehend asphaltierte Radweg leidet unter gelegentlichen, erosionsbedingten Verschüttungen. Die gut erhaltenen Bahnhöfe gehören zu einer aktiven, parallelen Bahnlinie. Via Verde del Bar, 34 Kilometer von Fontaneda nach El Astillero bei Santander in Cantabrien auf der Trasse einer ehemaligen Bäderbahn. Dieser Weg führt tatsächlich durch eine grüne Hügellandschaft und ist weitgehend asphaltiert, in Spanien eine Ausnahme. Es gibt ein paar Lücken, u.a. durch Überbauung des Radweges mit einer Nationalstraße, wo man den Anschluss mangels Ausschilderung selbst finden muss. Die Kurorte Pventefisco und Fontaneda oder die Ria de Solia, ein sumpfiger Graben mit viel Schlamm und Vegetation, sind sehenswert. Im Bereich El Astillero kreuzt ein weiterer inoffizieller Bahntrassenradweg auf der Trasse einer ehemaligen Erzbahn der Compania Fontaneda, so dass man bei Hin- und Rückfahrt unterschiedliche Varianten radeln kann. Die Alternativstrecke leidet unter einem archäologischen Schutzgebiet, wo die Strecke für ca. 1 Kilometer recht steinig ist. Via Verde de la Sierra, diese 36 Kilometer lange Strecke in Andalusien, die von Puerto Serrano nach Olvera führt, hält mit 30 den Rekordentunneln. Kaum wird es. Sicherheit an Kreuzungen mit anderen Verkehrswegen werden sehr oft Barrieren oder Pfosten, siehe Foto, angebracht, so dass die Aufmerksamkeit nicht nachlassen sollte. Es gab an solchen Stellen schon zahlreiche Unfälle. Im Allgemeinen wird auf Bahntrassenradwegen wesentlich mehr Sicherheitsaufwand betrieben als auf Schotterpisten und Naturpfaden. In gar nicht so engen Kurven werden Leitplanken angebracht, siehe Foto. Sonstige Bahntrassenwege Wer stillgelegte Bahnstrecken ohne Fahrrad erfahren möchte, kann das auch mit einer Dreisine. Diese Vorläufer der Velos können zunehmend durch entsprechende Angebote genutzt werden. Eine Liste von Strecken findet sich hier. Drei Sinnenstrecken in Deutschland Literatur und Kartenhinweise Reel Trails Nordwest, die schönsten Radwege auf ehemaligen Bahntrassen von Bremen bis Essen, Illustriert, SBN, 978 bis 3.765.449.796, Reel Trails Deutschland, die 100 schönsten Radwege auf ehemaligen Bahntrassen, gebundene Ausgabe, SBN, 3.765.459.615, Verlag, Bruckmann, die 50 schönsten Bahntrassenradwege in Deutschland, Broschiert, Verlag, B. Fabielefeld.